Fahrradfahren in Köln. Es könnte so entspannt sein. Ist es meistens aber nicht. Martin von Mauschwitz Anfahrt zum Radkongress in Köln. Ein Hindernis-Parcours. Autos stehen auf dem Radweg. Offene Autotüren bremsen ihn aus. Oft genug gibt es gar keinen Fahrradweg oder er führt über den ohnehin schon engen Bürgersteig. Also das hier nennt sich Schutzstreifen, ist aber eher das Gegenteil. Okay, es ist besser als ein Radweg auf dem Bürgersteig, weil der geht gar nicht und trotzdem ist das hier saugefährlich. Man fährt so dicht an parkenden Autos vorbei. Wenn da einer die Tür aufreißt, sprechen wir uns im Krankenhaus weiter. Es ist saugefährlich. Die Initiatoren des Kölner Forums Radverkehr wollen das nicht länger hinnehmen. Sie setzen sich dafür ein, dass Fahrradfahren sicherer wird. Auf ihrem Kongress trifft Martin Michael Colville-Anderson. Der Däne ist Urban Designer. Er denkt die Straßen neu. Weg vom Auto. Seine Heimatstadt Kopenhagen geht mit gutem Beispiel voran. Ich war zweimal in Kopenhagen und habe da ein Fahrradparadies erlebt. In Kopenhagen haben wir das Fahrrad zum schnellsten Verkehrsmittel in der Stadt gemacht. Es geht nicht darum zu sagen, fahr Fahrrad und rette die Welt. Die Leute werden Rad fahren, wenn sie so am schnellsten vorankommen. Dafür brauchen wir aber gute, sichere Infrastruktur. Michael fordert uns auf, umzudenken und nicht zu fragen, wie wir möglichst viele Autos bewegen können, sondern Menschen. Mit mehr ÖPNV, breiteren Radwegen und Bürgersteigen könne man zehnmal so viele Personen transportieren. Er erzählt von Städten wie Oslo und Amsterdam, die Parkplätze abschaffen, die ihre Innenstädte autofrei machen. In Deutschland würde das wohl einer Revolution gleich kommen. Hierzulande sind die Einzelhändler wohl einer der größten Gegner von autofreien Innenstädten. Die sagen, wenn ihr die Autos verbannt, dann gehen wir pleite. Es gibt Studien dazu aus Europa, aus den USA, die alle das Gleiche zeigen. Wenn du gute Fahrradinfrastruktur schaffst, dann steigen die Einnahmen der Einzelhändler um 30 bis 50 Prozent. Was ist besser? Ein Auto, das vor einem Laden parkt? Oder zehn Fahrräder? Wenn man will, dass es den Geschäften in der Stadt gut geht, dann ist Radinfrastruktur das einfachste Mittel. Michael Colville-Anderson berät Städte auf der ganzen Welt zum Thema Radinfrastruktur. Sein Eindruck von Köln? Wenn man Köln besucht, ist es, als hätte man eine Zeitreise gemacht. Es ist wirklich bizarr, wie eine US-amerikanische Stadt aus den 60ern. Wenn ihr eine moderne Stadt werden wollt, wenn euch Gesundheit und Umwelt am Herzen liegen, fangt an, etwas zu verändern. Das will auch das Kölner Forum Radverkehr. Mit der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad wollen sie Druck auf die Politik ausüben. Ein Jahr lang haben sie in ganz NRW Unterschriften gesammelt, heute feierliche Verkündung, über 200.000 weit mehr als benötigt haben unterschrieben für Aufbruch Fahrrad. Die Volksinitiative war erfolgreich. Jetzt muss sich der Landtag mit ihren Forderungen beschäftigen. Und jetzt sind wir mit der Frau verbunden, die Sie da gerade schon auf der Bühne gesehen haben, Dr. Ute Simansky. Sie hat Aufbruch Fahrrad in Nordrhein-Westfalen mit anderen ins Leben gerufen. Schönen guten Abend nach Köln. Guten Abend, Herr von Mauschwitz. 66.000 Unterschriften braucht man, um den Landtag zu zwingen, sich mit so einem Thema zu befassen. 206.000 sind es geworden. Das ist ein Statement. Aber was genau wollen Sie jetzt damit anfangen? Was soll passieren? Naja, wir wollen, dass genau das passiert, was Michael Kolbel-Andersen im Beitrag gesagt hat. Wir wollen, dass jetzt wirklich etwas passiert. Aufbruch Fahrrad ist im Grunde ein großes Ermutigungs-Empowerment-Programm für die Politik. Und wir möchten, dass die Politik im Land nun sieht, wie viele Menschen im Land sich eine andere Verkehrspolitik wünschen und sich jetzt auch endlich traut, etwas zu verändern und etwas umzusetzen. Sie sehen das ganz optimistisch. Aber wie wollen Sie verhindern, dass die Politik jetzt sagt, ja, tolle Sache, Frau Simansky. Vielen Dank dafür. Wir reden gerne drüber. Und dann gehen die Unterschriften in den Archivkeller und passiert nichts. Ehrlich gesagt, finde ich, finden wir alle, dass wenn wir mit einer Volksinitiative das Dreifache an Unterschriften sammeln, dass das ein so starkes Signal ist, dass die Politik da wirklich nicht dran vorbei kann. Wir werden das natürlich sehr kritisch begleiten. Und wir haben ja ein Aktionsbündnis gegründet, was einmalig ist bisher in Deutschland. Und dieses Aktionsbündnis ist jetzt nicht einfach weg nach der Unterschriftensammlung. Ich finde, der Ball liegt nun im Feld der Politik. Wir hoffen und wir bauen darauf, dass die Politik dieses starke Signal annimmt. Und wir werden das weiter kritisch begleiten. Berlin und andere Regionen haben es ja mit Radentscheiden vorgemacht. Braucht noch Nordrhein-Westfalen so ein Fahrradgesetz? Ja, ich denke ja. Ich denke, Nordrhein-Westfalen braucht ein Mobilitätsgesetz. Ich denke, unser Land braucht beides. Eine starke zivilgesellschaftliche Formation, ein starkes Bündnis, was sozusagen von unten den Druck und den Wunsch der Bürgerschaft deutlich macht. Und es braucht unbedingt auch gesetzliche Regelungen, klar formulierte Ziele, die auch messbar sind, damit auch wirklich schnell etwas passiert. Es gibt ja viele solcher Initiativen und diese ist nicht die erste. In vielen Kommunen gibt's Radverkehrsbeauftragte. Und trotzdem sind unsere Städte, wurde ja gerade im Beitrag gesagt, irgendwie in den 60er Jahren stecken geblieben. Also hinter Kopenhagen, Amsterdam, London, Paris zurück. Woran liegt das eigentlich? Wer blockiert? Ich denke, dass vielleicht in unseren Köpfen viel auch stecken geblieben ist. Also das ist auch das, was wir mit Aufbau-Fahrrad erreichen möchten. Wir möchten, dass der Schalter umgelegt wird bei den Menschen, die verantwortlich sind in Politik und Verwaltung, dass die jetzt endlich umdenken. Bisher ist Verkehrsplanung unter dem Diktat Auto first. Das Auto ist das wichtigste Verkehrsmittel. Und wenn jetzt endlich der Schalter umgelegt wird und die Menschen, die in der Verantwortung sind, die Planerinnen und Planer, die Politik, ihre Städte verändern wollen, unsere aller Städte verändern wollen, dann haben wir ein wichtiges Ziel erreicht. Alle, die eine andere Stadt wollen, können morgen damit anfangen, die Stadt auch anders zu bauen. Ute Simanski präsentiert der Landesregierung 206.000 Unterschriften für einen besseren Radverkehr. Vielen Dank nach Köln. Dankeschön.